Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Video. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr auf Genesis 2 Polymer farben könnt. Natürlich könnt ihr diese Tipps und Tricks auch auf anderen Karten benutzen, das ist jetzt nicht only Genesis 2. Wir gehen hier alles durch, ich erkläre euch, wo ihr was finden müsst, wie ihr es finden müsst. Das Ganze gehen wir hier durch, ich zeige euch auch, wie ihr es finden könnt, also ohne jetzt hingehen, sondern auch mit Tipps und Tricks im Internet. So, ich fange mal an Leute, es gibt mehrere Varianten. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, wir gehen erstmal durch. Also, ich fange jetzt so ein bisschen an mit den Leuten, die noch nicht so erfahren sind, vielleicht neu im Spiel sind und geht dann immer so ein bisschen weiter bis, ich sag jetzt mal, Endcontent in Anführungszeichen. Also, die einfachste Variante für Neulinge, die noch relativ low vom Level sind, ist der Moshops. Den Moshops könnt ihr ganz easy tamen, er wird passiv getamt, einfach nur das Item im letzten Slot unten, einfach an ihn ranlaufen und ihn tamen, was er haben möchte. Jetzt ist es random. Manchmal Mediobären, manchmal will er Honig haben, also Honig wäre natürlich ein bisschen schwerer, aber es ist halt random. So, der Vorteil des Moshops ist, wenn ihr ihn levelt, seht ihr, ich mache es mal ganz kurz, dass ihr das seht, ich gebe mir jetzt mal ganz kurz hier so 5 Skill-Punkte oder so. So, wenn ihr jetzt hier drückt, seht ihr, Erntestufen ansehen plus 5. So, jetzt geht ihr drauf und dann könnt ihr hier nochmal zusätzlich Skill-Punkte, also für jeden Skill-Punkt, den ihr gebt, noch einen weiteren Skill-Punkt in Harzabbau, rohes Filet, rohes Fischfilet, äh, seltene Blumen, seltene Pilze, äh, Blut, Egelblut und organisches Polymer setzen, so. Wenn ihr das macht, ich habe das mal zum Beispiel bei einem Gezüchteten gemacht, da wird ich voll ausgereizt, mehr ging nicht, ist halt, ist schon, ich kann mal keinen richtig hoch, die Werte ballern. So, das ist halt, wenn ihr, sag ich mal, Anfänger seid, nicht viele Möglichkeiten habt, ist das die einfachste Methode, um Polymer zu farmen. Wie ihr Polymer farmt, also an welchen Dinos, kommen wir gleich nochmal zu. So, weil das mit allen Varianten, ich will jetzt mal die Dinos erklären, weil ihr könnt mit allen Dinos, die gleichen Dinos töten, so gesehen. Dann natürlich, wenn ihr es hinbekommt, ist die Kettensäge eine Option. Die Standard-Kettensäge ist ungefähr so gut wie, ich sag jetzt mal, ein geprägter Moshop vom Verhältnis her, also wisst ihr ungefähr, wenn ihr schon mal ein Baby-Moshops gemacht habt, ist es ungefähr wie eine Kettensäge. Natürlich, wenn ihr eine gute Kettensäge habt, ist das nochmal richtig gut, also eine gute Kettensäge ist auf jeden Fall empfehlenswerter als ein Moshops. Natürlich, der Vorteil des Moshops ist, wenn die Dinos im Wasser sind, wie zum Beispiel Karkinos, die oft im Wasser sind und ihr sie tötet, zum Beispiel mit einem Astrodelphist, der unter Wasser fliegen kann, könnt ihr mit einem Moshops unter Wasser die Karkinos abbauen, mit einer Kettensäge nicht. So, gehen wir zum weiteren. Viel haben wir geschrieben gehabt unter dem letzten Video, natürlich, dass man mit Spinos auch Poly mehr farmen kann, also wenn ihr mit Spinos, Mantis und so tötet, farmt ihr natürlich auch richtig gut Poly. Das geht natürlich auch, genauso wie ihr eine Reaper nehmen könnt. Ich habe jetzt mal eine Reaper nur höher gestaffelt vom Führigkeitsfaktor, deswegen habe ich hier den Spino hingestellt, den kann sich wahrscheinlich eher jemand tamen. Obwohl man den ganz kurz, werbung eigener Sache natürlich, man kann den Reaper richtig, richtig easy auf Genesis 2 tamen, dazu gibt es ein Video, könnt ihr solo machen, theoretisch sogar schon mit Level 5 oder so, das wäre auf jeden Fall machbar. So, dann kommen wir zu den Gachas. Wer sich mit den Gachas gar nicht auskennt, Leute, ich habe ein Gacha-Videos gemacht, weil das würde diesen Rahmen, den ich durchsprengen, einen kompletten Gacha zu erklären, was man achten muss, etc. Es gibt aber bei Gachas, kurz dazu, wenn ihr auf Produktion geht, seht ihr, man kann hier Items herstellen lassen von ihm. Und natürlich, wie es auch ist, hat nicht jeder Gacha das gleiche, aber ihr seht, hier ist zum Beispiel ein Polymer-Gacha. So, ihr würdet ihn im Prinzip mit Steine füttern und dann tut er euch Polymer erzeugen. Ist auf jeden Fall eine super leichte Sache, weil natürlich Steine auf Genesis 2 farmen easy ist, Dödi oder sogar mit dem Strider. So, jetzt switche ich ganz kurz auf dem PC-Monitor, zeige euch ganz kurz, wo ihr welche Dinos farmen könnt, dass ihr auch die Karte vor euch habt. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, wenn ihr manche Ressourcen haben wollt, wie ihr die auch easy finden könnt. So, wir gehen kurz auf den PC. Ich switche ganz kurz das Bild. So, also erstmal kurz zur Dodo-Deck-Seite. Da könnt ihr hier zum Beispiel unter Items, Ressourcen, seht ihr hier alle Ressourcen. Da könnt ihr zum Beispiel auch nochmal hier auf Organic, Polymer klicken. Und da seht ihr zum Beispiel, dass die hier Schwert, also Waffen, Schwert, Keule, Kettensäge geht zum Beispiel ganz gut. Wo die Kettensäge wirklich besser ist, meines Erachtens. Droppt seht ihr zum Beispiel Deathwarner, Hespirones, Kairikus, Kakinos und Mantis. Diese fünf Dinos droppen Polymer. Und zum Abbauen wird, ja doch, hier wird halt eher der Pelagornes und der Agentavis. Aber glaubt mir, ein Spino ist schon besser. So, jetzt wird die Sache, Leute, ihr wolltet es so weit wissen. Wir gehen jetzt mal hier so Hespirones, Kakinos und Mantis durch. Das sind so die drei, die sich lohnen auf Genesis. So, wir würden sagen, wir fangen mit dem Hespirones an. Also wenn ihr die Handy-App von Dolodex nutzt, könnt ihr zum Beispiel einfach auf den Hespirones und Dolodex klicken. Geht, glaube ich, auf das letzte Symbol ganz rechts. Ich glaube, mehr heißt das, glaube ich. Scrollt ganz nach unten und dann müsst ihr auf die Seite vom Ark-Fandom kommen. Wenn ihr beim Handy das nicht machen wollt, sondern ihr wollt es über den PC machen, gebt ihr einfach ein. Ark-Hespirones. Und dann müsste hier die Seite vom Ark-Fandom kommen. Da geht ihr drauf. Und hier muss man ein bisschen was beachten. Guckt immer am besten, dass sie englisch ist. In der deutschen Variante ist der Spawn meistens nicht vor der neuesten Karte eingetragen. Wenn ihr jetzt ganz runterscrollt, habt ihr hier Habitate. So, geht ihr auf Genesis 2. Und ihr seht, hier komplett spawnen in Hespirones. Also eigentlich überall, wo Wasser auf der guten Seite ist. So, jetzt können wir das Ganze auch nochmal sagen. Wir wollen... Ähm... Ja, komm, gehst du zurück. Danke. So, was haben wir noch gehabt? Wir hatten noch die Karkinos. Die Karkinos würde euch auch interessieren. Ihr wollt wissen, wo ihr die Karkinos herbekommt. Also, gehen wir hier drauf. Sagen... Ark-Fandom. Und haben hier... Auch die Karkinos. Seht zum Beispiel, hier wird sie hier mit Rot markiert. Ähm... Also, Rot-Orange heißt, sie ist nicht ganz so häufig da. Also, Karkinos, müsst ihr überlegen, hm... Guckt mal, wie die Mentis jetzt ist. Wenn die Mentis dadurch häufiger ist, macht dadurch mehr Sinn, die Mentis sich zu holen. Weil ihr wahrscheinlich eher Mentisse findet. Auch wenn sie vielleicht einen Ticken weniger geben. Aber es macht halt... Findet ihr mehr. Natürlich macht mehr Sinn. So. Gehen wir zur Mentis. So. Und die Mentis müssen wir auch auf Genesis 2. Ihr seht, die findet ihr hier drüben eigentlich überall in grün. Also, würde ich euch jetzt empfehlen als Tipp. Geht auf jeden Fall auf... Wenn ihr also neu seid, Hespirones. Auf der guten Seite. Relativ easy. Wenn ihr ein bisschen Polymer für bei Gilead-Zug und so ein Kram braucht, macht das hier drüben. Braucht ihr viel Polymer auf Masse später. Nehmt ein Spino. Nehmt eine gute Kettensäge. Nehmt ein Reaper. Und farmt hier drüben Polymer an den Mentissen. So. Das wär's jetzt, Leute, gewesen. Ich, wie gesagt, verlinke euch mal die Seiten vom Hespirones, Karkinos, von der Mentis, von der Ark-Fandom-Seite. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie das selber funktioniert. Und ich tue euch auch nochmal die Dodo-Deck-Seite verlinken mit den Ressourcen, die diese am PC nutzen. Dass ihr sagen könnt, hier, ihr könnt in Zukunft auch ein bisschen selber schauen, was Wovie droppt. Ja, Leute. Da würde ich sagen, wenn ihr einen weiteren Ressourcenguide haben wollt, schreibt den gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Genauso wie ihr gerne auf Twitch vorbeischauen könnt. Da strebe ich mittlerweile eigentlich so alle zwei bis drei Tage. Ark. Ihr könnt euch auch Fragen stellen. Auch da erkläre ich euch Sachen. Und ich sag auch vielen Dank, dass ihr mir im letzten Polymer-Video nett drunter geschrieben habt. Nein, wir wirklich. Also es waren ein paar dabei, die haben es noch nicht ganz so gut formuliert. Aber trotzdem, Leute, es ging um die Message. Ihr habt mir gesagt, hey, du hast noch ein bisschen Scheiße erzählt. Achso, Leute, ganz, ganz wichtig. Wir wollen ein bisschen, wo es Gatchas gibt. Gatcha, Gatcha, Gatcha. Wir wollen ja auch Gatchas auf der Karte haben. Also gehen wir auf die Gatcha-Seite. Ähm, und jetzt sind wir auf, ja, lädst du noch? Lebensraum. Ah, wir sind auf der deutschen Seite. Die deutsche Ark-Phantom-Seite, wie gesagt, ist nicht zu berauschend. Gehen wir auf die englische Seite. Hier unten könnt ihr die Sprache wählen. Seht ihr, diese Seite sieht ganz anders aus. Und zack, haben wir die Habitate. Und da seht ihr, sie sind auf der bösen Seite. Hier oben auf diesem Berg relativ selten. Sofalls tut ihr euch einfach Babys machen. So, also, Leute, nochmal vorneweg. Also, denn im letzten Video hatten Leute ja drunter geschrieben, dass, äh, ja, du hast das vergessen, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Tut mir ehrlich leid. Ich hab eigentlich wirklich nur an dieses Moshops-Ding gedacht und auch an die Kettensegel und hab so ein bisschen die Mantis vergessen auf der bösen Seite. Ähm, tut mir leid. Deswegen hab ich das Video auch runtergenommen. Und jetzt kommt im Prinzip das alles geupdatete, das Video wieder hoch. Also, Leute, vielen, vielen Dank für eure Input. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Bis dennne. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Arc? Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem ein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark. Ich weiß, das war's, aber es 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 war's